Hallo Leute, Leo hier mit Part 2 des Der Segen der Natur-Quests Ja, ganz professionell den Namen des Quests gemerkt Ich kann meine Uhr betrost abstellen, ich hab Ich hab alles Zeitgefühl verloren So Also, dann gehen wir mal da hin Ist denn das weit weg? Ey du Asshole, komm Skype Ja, mach ich gleich Verdammt ist das weit weg Ja Leute, das Spiel macht's mir nicht leicht Ich werde jetzt, also ich schätze mal Es ist nicht sehr spannend mir dabei zuzugucken Wie ich durch Skyrim latsche Ähm, ich werde da jetzt hinrennen Hinrashen Und das werde ich rausschneiden Also wir sehen uns dann in Beziehungsweise bei Arnge immer Halleluja, da sind wir wieder Mein Maggleiter und ich haben es endlich geschafft An diese beschissene Hölle zu kommen Zu dieser, mein ich Wow Der Storn Nachgeladen, ja, egal Wir werden da jetzt reingehen Und ich werde diesen Baum Like a boss Kaputt machen Denn das hat Jahre gedauert Bis ich diesen Fußmarsch hinter mich hatte So Okay Er braucht natürlich wieder eine Extra Wo ist mein Kompagnon Da muss ich erst 24 Stunden warten Bis ich den Affen überhaupt wieder gesehen habe Ja, ich glaube ich kenne diese Höhle Hör auf zu legen Ja, diese Höhle kenne ich Hier war ich schon mal drin Aber ich habe nicht gerafft Was das Quest von mir wollte Oh Ich muss echt sagen Dieser E-M-B-E-N-B Meine ich Sieht einfach geil aus Gott verdammt Sieht das gut aus Ein bisschen dunkel hier Okay, lassen wir uns lieber Das zerstört die Ganze cooles See Schnell sprechern Boah Ei, ei, ei Ja, und das Spiel ist gerade nicht Noch einmal abgeschützt Also es liegt wahrscheinlich daran Dass einfach nur Na, Konsolenportierung und so So Geh Geht nicht Dann nehmen wir mal Ähm Nesselfluch, genau Oh Gott, ist das hässlich Oh Bäm 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 Ich wusste nicht, dass ihr so gewalttätig seid Welche Absichten habt ihr an diesem heiligen Ort? Ach du Scheiße Ich brauch das Herz, um den grünen Baum zu behandeln Ihr würdet diese Wunderkünaritz für solch einen Mischlingsstumpf in Weißlauf schänden? Das ist widerwärtig Barbarisch Ja Da mache ich nicht mit Warum habt ihr mir nichts von euren Absichten erzählt? Weil du nicht danach gefragt habt Dann macht Platz Ich hab was zu erledigen Mit Vergnügen Doch die Natur findet einen Weg, Rache zu nehmen Ihr bestreitet einen düsteren Weg, mein Freund Einen, der zu leid führt Äh, will er mich jetzt verprügeln oder was? Okay, irgendwie habe ich das scheißgefühl, als ob ich hier gleich schon wieder angegriffen werde Bitte beeilt euch Ahnenschimmer, Herr Baden Gut Wie mache ich es? Heilend out? Nein, doch Das war schon richtig Fick dich Nimm das So So, jetzt heile ich mich schnell auch Und jetzt renn Äh Äh Renn Bring sie um, nicht mich Elementa Äh, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer Lauf, 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 Lauf Oh Gott Okay, jetzt muss ich eben speichern, jetzt bin ich schon relativ weit gekommen Lauf schneller Äh, wenn ich da nicht Fettkohle für bekomme, dann raste ich Und wer draußen sind noch welche? Wer? Hm, lauf Ah Im Ernst, als Low-Leveler ist das Leben in Skyrim nicht so wunderbar So, jetzt einfach direkt M drücken und dann ab nach, äh Ne, weiß, Lauf wieder So, mal sehen, ob er jetzt schon wieder abkackt Das wäre ziemlich dumm, denn Ich habe jetzt schon Einen ziemlichen Haufen von, äh, Videoteilen gemacht Ich weiß Ich muss mal nachgucken, wie ich das überhaupt synchronisieren soll mit meiner Audiospur Das wird, äh, hart werden So, ich speichere jetzt So, ey, ich schwöre es Habt ihr das an, Schimmerharz? Ich habe das scheiße, Harz Wunderbar Damit werde ich den Baum retten Ich danke euch vielmals für eure Hilfe Hei, 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 hei Wo ist denn dieser Baum überhaupt? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt überhaupt gerettet habe Okay, egal Anscheinend will sie mir den auch nicht zeigen Ja Wir schließen das Gameplay jetzt ab Ich hoffe, es hat euch gefallen Ich bin sehr oft gestorben, aber Ja, was soll ich machen, Leute Ich bin Level 5 Ja, wollte da mehr Skyrim Bis jetzt sieht es so aus, als wäre das Problem Weg, dass es immer abstürzt Beziehungsweise Es ist bis jetzt nur ein einziges Mal abgestürzt Schreibt es in die Kommentare Und ich würde auch mal sagen Ich bin raus Haut rein Danke fürs Anschauen Bis jetzt